Und zurück zu The Sims 2. Ähm, ja was macht er hier? Ich weiß ja mal, ich glaub ich hab nur noch ein paar Sachen drin. Aber ich bin geheilt! Und gut, in der letzten Folge haben wir die Familie... Ähm... Also es kostet dich in der Familie... Ähm... Im... 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 Oh... Ich bin fertig hier. Und wieder gewißer natürlich also nicht. Da geht's natürlich umrechtlich nicht. Dieser geht natürlich nicht umっちraglich leugt aber jetzt können wir einfach schnell hinbeziehen. Na gut... ähm. Die aspire freie? Okay. Oh, ich bin hier. Mal mit. Hast du mir aufschwühlen? Es ist Winter? Okay. Sie mir hat doch gerade Namen. Nee, ich will nicht mehr. Und wie gesagt, er geht ohne Igu schon wieder. Die Sonne ist ja gut. Ich werde mal Gemütchen. Ich bin hier. Jetzt würde ich mir sagen, das war jetzt vor der Tür. Sehr genial. Ähm, lass mich das so machen. Ich bin hier. Okay, alle sind gesund. Ja, das ist die... Ähm, wir kommt, wenn man Fernsehen guckt. Ich bin hier schon wieder gesund. Ähm, wir sind jetzt ganz gut. Ähm, wir sind jetzt ganz gut. Jetzt können wir schlafen noch irgendwie. Okay. Dann geht's nicht so gut. Nop! Nop! Jetzt bin ich mal... Trabelhaft! Schon erst mal nur ein Ding! Was ist denn jetzt? Ich fühle jetzt mal was das fertig ist. Gut. Ich habe das Gefühl, dass es schwer wird. Wenn es so aussieht. Ich glaube, ist es so. Fakt. Ich bin ein kleines Kind. Ich bin ein kleines warst. Ich bin ein kleines Kind, denn ich habe eine große Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass es so ist. Ich habe das Gefühl, dass ich das so hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich das so höre ist. Du wirst es nicht mehr so mehr kaufen. Ich habe die Runde, was sie nicht mehr machen. Schicht Wer hat das gemacht? Er hat das gemacht? Ich habe das gemacht. Es dauert auch ewig. So praktrum. A-i-Vo. Mach dir das gemacht? Okay. Was? Das ist doch fertig. Das ist nicht schön. Er ist natürlich der einzige. Ich trink mir die Jerozonger. Ich muss die Augen gleich weglegen. Ich schaue den Fernsehen. Oh gut. August. Ich schaue den? Ich bin gestern. Schöne Einspiele aus. Huch. Hat er noch nicht? Kurs von Lern und Prozesse es ist hier wenn die Menschen sich die es ist vor der Killer sich an Armbaum es kann es kann gut schreiben und diesen Blick hier an Huuuuh. Hallo, Levenrotton. Das ist ja cool. Der geht einfach mal um Sachus. Hallo Martin, die Weiserung, mit der du die hiesigen Medien ja auch mal verfolgst, ist wirklich ein Beispiel. Ohne das Studium von Film und Literatur wäre es schließlich lang... ...siemlich lang, wobei ich... ne? Ja. Schau mal, wer packen und halten ist dabei, da kannst du dich mit anderen sozialen Lehrkräften austauschen. Okay. Das mach ich manchmal. Äh, na gut, das mach ich mal für die Toilette. Wie du vorgab, das ist doch mal genial. Biss hier mal zum Grundstück, immer das Grundstück. Bist alleine zu Hobbys, packen und halten und gut. Bist immer eine Literatur war das? Nein? Nein. Habe ich es. Okay. Mal sehen, was er uns jetzt erwartet. Ähm. Ich hab's gebet. 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 Ach, keine Ahnung. Aber mal sehen, wir sind jetzt hier. Ähm. Dann kommen wir auf die Behaltung. Die Parties fit. Wir sind müde, aber noch geschäftig Freunde. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was gibt's hier denn alles. Dann mach's. Ich hab's gebet. Oh mein Gott, ganz zu表示. Ich hab's gebet. Wollte sich nicht mehr so rausARA, oder? Ich hab's gebet. Ich habe keine Ahnung. Ich hab' gebet. Wollte sich nicht mehr zur Verfügung. Ich hab' gebet uns hier hoch. Huh? Wollen wir das eigentlich ein Kino sein? Ein Kino! Oh Gott! Ohhhh! Ah! Sieht mir so die Macht. Ich bin Darth Vader. Ich bin Darth Vader. Ich freu'n sich. Geh die Kameras. Einfach die Gerüche. Ich bin Darth Vader. Ich bin Darth Vader. Das ist echt nicht faul. Kann das sein? Ich bin Darth Vader. Ich bin Darth Vader. Ich bin Darth Vader. Ah, er schläft. Ich bin Darth Vader. Es ist sie, schon mal. Ich krieg mich nicht ein bisschen. Ich bin auf dem Zicht nach Wasser. Heute kommt nun auch nur ein Video, das liegt daran, dass ich heute überhaupt nicht da, wenn ich den ganzen Tag nicht da bin. Ich will gerade am Vorproduzieren, also heute ist Montag und heute ist am Dienstag. Obwohl ich von Auflänge bin, ich... also... weit überziehen. Was ihr gerade seht, ist, wenn ihr dieses hier gucken, ist es Dienstag, aber ich kann am Montag am Vorproduzieren. Sonst auch vorher am Vorproduzieren, denn... ja, ich bin jetzt nicht da. Nur ein Video, Freunde. Wenn... ja, das geht auch nicht anders, ich muss auch letzte Wallvogel an und alles, ne? Äh, Fernsehen... Das Duschen. Noch sind Bomben, Alter. Ich will noch Kontinächer. Ihr geht jetzt nicht schlafen. Psch, dumm, ne? Nein, du wartest, bitte bis ein... Oh, das war der Spaß. Was? Ja, Hausaufgaben, das ist die Wegen von Hausaufgaben, ey. Psch... Oh, jetzt darf ich hier warten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Spaß macht's hochgehen. Ich muss jetzt schlafen, oder? Dann kannst du irgendwie aufwachen. Ich muss jetzt mal aufwachen. Ich muss jetzt... So... ...schaut aus, ne? ...immern. Ist auch schlafen hier, wie gemeint, ey. Ey, zu blöd seid. Ist die arbeitslos? Nee, die Reife. Klingt. Ich muss geschlafen. Oh. Ich stehe von seinem Gedanken. Hört ihr das auch? Der Fernseher ist an. Sicher, Ton. Ein bisschen leiser, aber... Dann der Ton. Ah, der Fernseher ist aus! Hier spukt! Hier spukt! Deino, was machst du da? So, wer wäre das? Ich spiele. Der Wolf oder so. Hm, ich finde ich schon wachheitsein. Das ist so doof. Kann man aufheben. Ich finde, ich habe so Fragen wie... Nummer 90%. Ich war ja nicht dein Ernst, oder? Du bist so dozent. Ah, wie dumm bist du. Ich bin halt dumm, ich bin dumm. Ich bin nämlich Max. Und ich bin warum es nicht macht. Ich lasse die letzten... Ich mach bis zum letzten Satz. Ich mach alles so. Bis ich den letzten Satz einsatz geschrieben. Ich habe das, was ich fähig. Ich trage mich an. Das ist echt so schön. Ich weiß, er ist verpackt. Ist doch nur die Dinosaurn. Ist er alles dasselbe, oder? Ja Leute... Das war super gut, ne? Wir sind gut in der Zeit jetzt, ähm... Und das war's auch schon schon gewesen von Decents 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lassen wir gleich da. Und dann nehmen wir uns beim nächsten Mal wieder auf Rüstern. Und tschau!